Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Audinator und wir spielen Watch Dogs 2. Wir starten jetzt gleich die Mission. Retro, ich hab das für dich klar gemacht. Gut, kommst du nicht mit? Gehört alles dir. Wenn der Kahn in Reichweite kommt, bringt dich das hier schnell dahin. Sehr schön. Wir nehmen uns jetzt ein Boot und fahren zu diesem Schiff, den wir in der letzten Folge gehackt haben. So, ja, fahren. Juhu. Hey, mach Platz. Ich bin du, Mixer. Ah, das ist der Kahn in dem Fall. Das ist aber ein Schlepper, oder? Wir legen an. Ich hab den Kahn erreicht. Bleib auf Sendung. Du bist ohne Rettungsleine da draußen. Ich werd schon nicht ertrinken. Ich geh rein. Wünscht mir Glück. Oh, fuck. Was ist dein Plan? An Bord eines Schiffes dieser Größe könnten hunderte Server sein. Ich muss das Admin-Terminal hacken, um unseren Server zu finden. Oh, noch. Ist er noch. Oh, das ist der Kahn in der Kahn in der Kahn in der Kahn. Wünscht in die. Du sollst doch keine Ubisoft-Aktien mehr kaufen. Was? Du sollst keine Ubisoft-Aktien kaufen. Wünscht in die. Du sollst doch keine Ubisoft-Aktien mehr kaufen. Schau dich mal um, Argo. Da ist ein Eindringling. Hey, der gehört zu Deadsec, Argo. Helft uns, zeig mal, was los ist. Scheiße, wo ist das noch drin? Köpfe unten halten. Runter. Bist du mal besser abgehauen. Irgendwie muss ich die Treppe hoch. Kommen die da jetzt mit dem Schiff angelaufen, oder was? Einfach. Da läuft einer. Da geht die Treppe hoch. Komm mal rüber, Dino. Ja, sprich. Oh. Oh, ich hab's erreicht. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Das waren alle. So. Oh, das ist ein Stock mehr unten drunter. Oh, Mann. Oh, Mann. Ach so, ein Dürreinander. Oh, nein. Oh, ein Zugangsschlüssel. Boah, der hat tatsächlich ein Zugangsschlüssel, Alter. Da ist er. Kann man ja da reingehen jetzt. So. Dann steppseln wir uns da mal rein. Ah, das müsste gehen. Mal sehen, ob die Backdoor noch okay ist. Hab den Hauptserver auf ihrem System. Muss sie nur noch physikalisch lokalisieren. Was die untertragbar verstehen, könnte alles Mögliche sein. Oh? Was glaubst du, wie groß das Ding ist? Industriegröße. Ich halte dich auf dem Laufenden. Oh, Mann. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet, ey? Was habt ihr für mich? Ich hab den Server. Wie genau kriege ich das Ding jetzt von Bord? Die Pläne, die du gefunden hast, zeigen einen Aufzugsschacht. Da steht. Das ist ein Riesending, Mensch. Halt den Mund. Ich rede von diesem Aufzugsschacht. Schon verstanden. Schafft den Server auf Deck und wir kümmern uns um den Rest. Oh, da ist noch einer. 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 Da wandelt noch einer rum. Ein Security-Heini. Die Einsatzleitung, wir erhalten Meldungen zu einem ausgelösten Alarm am angegebenen Standort. Shit, das ist nicht gut. Was ist der Plan? Ich bin fast da. Josh, was soll denn das? Schau mal auf die Uhr. Bullen. Ja, und jetzt? Bin in 29 Sekunden da. Verdammt, Mann. Was? Ich bin gern pünktlich. Was? Ich bin gern pünktlich. Wo bist du? Du müsstest mich jetzt eigentlich sehen. Nach was muss ich suchen? Ach du Scheiße, das ist nicht der Mond. Ist das deine Drohne? Überraschung. Extra für uns umgebaut. Markus, wo bist du? Du musst den Server an die Drohne hängen. Drohne? Moment. Ach egal. Scheiß drauf. Bin gleich da. Ja, und jetzt? Wie soll ich die da dranhängen, Alter? Okay. Wie geil ist das denn? Was? Hey, Josh, Mann. Wie oft hast du das Ding schon geflogen? Gar nicht. What the fuck, Alter? So eine fette Drohne. Das wäre schon mal ein geil interessantes Projekt, so eine Drohne zu bauen. Das Problem ist halt im Prinzip immer das Gewicht und Akku. Akku. Du müsstest so einen Auto-Akku vom Tesla nehmen, damit das möglich wäre. Und so ein scheiß Akku kostet ein hoffes Geld. Wir sind froh, dass die Hacker endlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Dies zeigt deutlich einen Fehler im System. Von den Tiefseekabeln bis zur Spionage und Sabotage durch Gruppen wie Dezeg. Ich sag Ihnen eins. Bloom arbeitet an einem Projekt, das dieses Problem eliminiert. Der Pisser hat den Hackern Bellweather Zugang gewährt, damit sie es testen. Dann hat er den Angriff als Schwachstelle der Tiefseekabel dargestellt. Der Arsch hat's echt drauf. Habe ich doch gesagt. Dann feuern wir jetzt aufs vollen Rohr und auf Dusche an. Okay, wir lassen ihn öffentlich aufhängen, wie den scheiß Mussolini. Das ist doch keine Lösung, Mann. Auf unseren Erschen sitzen auch nicht, okay? Aber wir sitzen nicht auf unseren Erschen. Nein, bitte, Mann! Er ködert uns! Glaube ich. Er versucht ein letztes Mal, uns in den Dreck zu ziehen. Als Gefahr. Und wir sind eine Gefahr. Wir waren uns doch alle einig, nach unseren eigenen Regeln zu spielen oder nicht. Gut. Wir haben fast alles zusammen, um ihm zu schaden. Dauerhaft. Gehen wir alle wieder an die Arbeit. Und bringen wir die Sache zu Ende. Hm? Ja. Alles klar. Jupp. Hui. 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 Oh, lol. Oh. Westliche Bestie-Svedshirt. Können wir es eigentlich gerade mal umziehen, ne? Was haben wir denn da so schönes? Oh ja, darauf habe ich jetzt Bock. Nöderhose. Passt. Die dürfen diese Original-Memes nicht verwenden, weil sie das sonst, äh, ja, Copyright und so. Copyright und so. Ich kann aber Sweatshirt oder so Zeug einkaufen, glaube ich, gell? Ich habe doch den fucking... Moment. Ich gucke jetzt gerade in den... Ich habe normalerweise habe ich... Uh, fuck, nee. Kein Bock, ey. Scheiß drauf, Mann. 20 Euro für so Klamotten auszugeben ist dann halt schon ziemlich heftig. Ich kaufe mir lieber ein T-Shirt, Mann, davon. So, und dann, äh, machen wir gerade weiter. Was hat denn ein gutes Sensual? Sensual für mich? Sitara, Sitara, Mann, Sitara. Jeder bei DedSec wühlt sich durch den abgefangenen Galilei-Datenmüll. War was dabei? Massenhaft scheiß viel Gutes. Ich habe uns schon eine Spitzengelegenheit herausgesucht. Also, die Wiederwahlkampagne des Abgeordneten Thrust kriegt logistische Hilfe von Invaid. Das ist seltsam. Und illegal. Genau, wieso spenden die ihm kein Geld? Invaid hat über Jahre gesammelte Daten. Ich meine, der Shit ist viel mehr wert als Geld. Aber warum helfen ihn im Decken wie Thrust? Ohne fremde Hilfe findet er seinen eigenen Hintern nicht. Tja, greifen wir ihn an. Mach Radau. Mal sehen, was er macht. Ja, soll er mal reagieren? Treiben wir ihn raus. Geben wir das bekannt. Markus, glaubst du, du kannst ihm eins reinwürgen? Oh ja, ich weiß schon was für ihn. Ich erzähle dir Mordsreklamewand mit seiner dummen Visage drauf. Eine deutliche Botschaft. Und ich kümmere mich um seine Wahlkampfgelder. Und ich werde ihn in den sozialen Medien blamieren. Und ich demoliere auch gleich seine Website. Und ich mach auf seiner Online-Ferbung Platz. Ich geh mir noch ein Bier holen. Geil. Ich find eigentlich, das ist noch das beste Watch Dogs. Also, muss ich sagen. Wir sind nur in einer starken Demokratie sicher. Aber Interessen von Konzernen beeinflussen Wahlen. Eure Wahlen. Euer soziales Lieblingsnetzwerk, InVite, weiß alles über euch. Facebook. Und sie manipulieren eure Feeds, um eure Meinung für ihre Interessen zu kontrollieren. Sie täuschen euch, damit ihr diese Marionette wählt. Den Abgeordneten Mark Thrust. Invaid besitzt das mächtigste Werkzeug zur Meinungskontrolle, das es je gab. Verteidigt Demokratie. Helft uns Invaid zu vernichten. Leitet uns Prozessorleistung, indem ihr unsere App herunterladet. Und gemeinsam stellen wir Thrust los. Helft uns. Wir sind der Zeug. Kannst du den scheiß Dinger auch lackieren. Militärweapon. Ich hab nicht genügend Geld. Wie viel hab ich denn? 52.000. Ich muss dringend Geld fahren. Wollte nämlich eigentlich mal so ein scheiß Scharfschützengewehr holen. Aber wenn schon, dann Deadstack-Version. Gibt aber doch hier. 70.000. Ne, richtig. Was ist denn das hier, Alter? Stopp-Betäubungs-Werfer. Steuerung-Alt-Entfernen-Werfer. End-The-Sniper-Dot-Axel-Gewehr. Das ist ein bisschen heftig, dass das Ding, äh, dass das Scharfschützengewehr, das Scharfschützengewehr, 70.000 kostet. Ein bisschen krass, hä? Die Militärversion kostet nicht so viel. Naja, egal. Äh, was wollte ich noch machen? Autos, Autos. Ich wollte eigentlich mal, wo... Auto auf Abruf. Das Problem ist halt, ich wollte eigentlich immer die ganze... Oder zumindest mal Motorräder mal freischalten. Warum kann ich die knackten Motorräder nicht freischalten? Muss ich die irgendwie kaufen wahrscheinlich oder irgendwie so? Ah, das sind sogar noch so Aufträge. Damit kann ich Geld verdienen, unter anderem. Hey, ich weiß echt nicht. Naja, egal. Wir können jetzt die Mission weitermachen. Und die machen wir, denke ich, auch weiter, die ich da habe. Ja, macht das Loch auch. Was diese Vierecke bedeuten, weiß ich auch noch nicht ganz genau. Lol. Da hockt einer. Äh, was wollte ich machen? Ich wollte noch was gucken. Und zwar... Ja, ich habe ja schon wieder einige Punkte. Die habe ich, glaube ich, alle schon... Ja, die habe ich alle schon. Warte mal, da wollte ich noch gucken. Graf ich nicht. Ich habe voll die Probleme irgendwie. So. Da hin gehen wir jetzt. Ein Kirsch noch. Immer auf der Busstraße fahren. Es gibt noch so viel zu tun in dem Spiel. Das ist abartig. So viel zum Freischalten und so viel zum Machen. So viel Nebenmission. Äh, ich weiß nicht, ob ich alles machen werde. Normalerweise bin ich nicht der Typ, der alles macht. Ich spiele gerne die Hauptmission durch und dann hat sich das auch erledigt. Irgendwo ist doch dieses Plakat, das ich jetzt beschmieren darf. Da oben ist es doch irgendwo. Gucken wir, dass wir da irgendwie hochkommen. Wo ist es denn? Ah, da ist es. So, jetzt müssen wir immer gucken, dass wir da hochkommen. Wie kommen wir da jetzt hoch? Da gibt es noch Geld? Ah, da ist es da. Oder ist es drin? Ist es drin, Alter, in dem Gebäude drin? Wie komme ich jetzt da hoch am blödesten, ne? Diese Stadt braucht ein Upgrade. Das ist doch ein Insider aus Degen. Was ist denn hier, wie ihr Schnösel, hä? Fresse! Das Maul! Das Maul! Das Maul! Fuck, wie komme ich da jetzt hoch? Da muss ich ja... Was, ich würde auch küffen, wenn ich könnte? Scheiße, wie komme ich denn da jetzt hoch, ey? Warte mal kurz, da ist doch ein Glasdach. Da ist doch eine Brücke. Da ist doch ein Kran! Ich muss erst mal die Lage hier checken. Perfekt, Alter! Perfekt! So, da steigen wir jetzt mal ein, ne? Ist das geil. So! So! Ich schaue direkt zum riesigen Abgeordneten Thrust auf der... Ja. Ah! Ähm. Oh. Nein, okay. Ich muss erst da runter. Okay. Mitten am Tag. Mitten am Tag, Leute. Was? Schön! Es läuft wie flüssig von der Hand, Mann. Ist doch Betten-Rasperry-Pie oder sowas. Moment, ich schenke mir kurz noch was zum Sufe ein. Können wir gleich weitermachen. So! Können wir da nämlich auch rein. Und hoch. So, Leute, wir haben die 23 Minuten erreicht. Das heißt, wir sind schon über 20 Minuten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann machen wir direkt da weiter und pinseln denen ein bisschen zu. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein! Also, hier haben wir meine Pat forced allem, Und dann sage ich doch ganz auch nicht. Sie sich ein bisschen ver BEC funciona. Vielen Dank.